ARD Text im Auftrag von funk Ja! Ich finde Brotherhood of Steel besser als Vollert 76. Das hat wenigstens Stil irgendwie. Einen sehr eigenen Stil, aber keinen schlechten, finde ich. Mit wem muss ich denn reden, damit's losgeht hier? Vielleicht mit niemandem. Vielleicht darf ich noch gar nicht das Rennen fahren. Vielleicht müssen wir erstmal hier... Wenn's da hoch zu Captain Toad schießen. Oh, Captain Toad ist gar nicht daheim. Und die Fallout Tactics fand ich ganz cool. Ich mein wirklich Fallout Brotherhood of Steel. Es gab ja dieses... quasi Action-RPG. Irgendwie ganz weirder Spinoff. Aber ich weiß schon, Fallout Tactics hat damals auch viele nicht so gefreut, weil halt alle in Fallout 3 wollten. Ja, eigentlich finde ich voller Tactics voll gut. Den Meeresganoben wird er eine verpassen. Na, dann geh ich mal zu den Meeresganoben, oder? Und verpassen die mal eine. Okay. Einen hätten wir. Ja komm, gib mir die Schildkröten-Panzer-Dingens. Sehr gut. Ach, man könnte mit der Fallout Lizenz so viel machen, oder? Ja. Ich hoffe wirklich, dass Microsoft das jetzt nutzt. Mit Elder Scrolls sowieso auch. Aber Elder Scrolls und Fallout, da würde so viel Potenzial drin stecken. Und jetzt wären so viel Studios, die Potenzial so viel Verbindung gerade zu Fallout haben. Und die da so viel coole Sachen machen könnten. Warten wir mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Oh, oh, das ist gemein. Achso, ist gar nicht so gemein. Na gut. Von einem Fallout New Vegas 2 über einem neuen Fallout Tactics bis hin zu einem Remake von Fallout 1 oder so könnte man so viel machen. Oder ganz bizarre Spin-Offs von mir aus. Der Game Pass wird dir bei den neueren Games aber auch nichts bringen, wenn er die grafisch nicht packt. Hä? Was meinst du jetzt? Im Game Pass kriegt man die Spiele ganz normal, als würde man sie kaufen. Auch zum Downloaden und Installieren. Also das ist kein Streaming-Portal oder so. Das macht keinen Unterschied, ob du dir auf Steam kaufst oder ein Games Pass. Oder... Meinst du was anderes? Oder meinst du, wenn der Rechner die nicht schafft? Na gut. Ja, eben. Ich finde eben wirklich... Ich finde wirklich, der Games Pass ist zur Zeit ein verrücktes Angebot. Und angeblich soll der schon profitabel sein für Microsoft, was eigentlich keiner gedacht hätte. Aber Phil Spencer, glaube ich, heißt er, oder? Der Microsoft-Mensch... Ja, der Xbox-Mensch, der meinte, der ist jetzt schon profitabel und deswegen haben die jetzt aktuell nicht vor, die Preise da irgendwie zu erhöhen. Ich bin froh, dass Bethesda nicht von EA Ubisoft gekauft wurde. Ja, ja. Ich meine, Ubisoft ist, glaube ich, zu klein für sowas. Aber EA wäre halt wirklich... Das wäre... Das wäre nicht gut. Das wäre für niemanden gut gewesen. Nicht für Bethesda, nicht für die Angestellten, nicht für die Lizenz, nicht für uns Spieler. Niemand. Außer EAs Manager. Aber ansonsten hätte, glaube ich, niemand davon profitiert, wenn das passiert wäre. Kann man sich relativ sicher sein. Interessant. Und... Wo führt das hin? Ah ja, okay, gut. Aber wenn ich jetzt eben... Genau, ich weiß gar nicht, was das jetzt bringen soll. Äh... Hier geht's wieder bergab jetzt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Das war wild. Ja! Ja! Sprungfeder, Mario. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Der ist nämlich ein bisschen schwierig unter Umständen. Okay, gut. Das lief gut. Das ist schon eine sehr weirde Galaxie, ne? In der würde ich auch gern leben, glaube ich. Ich meine, wenn der riesige Kuchen da im Hintergrund essbar ist, dann hier auf jeden Fall. Oh, oh. I'm... Boza, Boza, but. Boza, boza, boza. Boza, 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 boza. Und das ist eigentlich super bizarr, wenn man mal drüber nachdenkt. Warum? Warum ein dicker Klempner? Warum... Warum überhaupt irgendwas? Aber gut. Das ist halt so. Ich denke wirklich immer noch ganz oft an ein mögliches Paralleluniversum, in dem Nintendo nicht die Popeye-Lizenz verloren hätte im letzten Moment. Und Popeye heute wahrscheinlich das Video spielen, was Gottchen wäre. Das, was Mario jetzt ist, wäre beinahe Popeye geworden beim ersten Donkey Kong. Und das kann ich mir grad irgendwie noch schwerer vorstellen, dass ich hier dasselbe Spiel im Grunde spiele, nur mit Popeye in der Hauptrolle, der Olivia zum hundertsten Mal vor Brutus retten muss. Wobei Brutus ist ja Donkey Kong, ne? Insofern, aus Brutus wurde ja Donkey Kong, insofern eventuell hätte es Boza ja trotzdem gegeben. Wer weiß. Wobei Brutus ist ja auch nicht so. Kröten in der Kanalisation, ja, so Reptilien in der Kanalisation, diese Urban Legends von... Das stimmt, das, das, das ist, hm... Ja, macht sogar ein bisschen Sinn. Das mit dem Remake von Fallout 1 wird aber wahrscheinlich wegen der Designphilosophie von Bethesda eher nichts. Das ist das Gebiet eher zu groß, beziehungsweise Bethesda macht eher kein Top-Down-Rollenspiel. Ja, ja, das stimmt. Ich mein, man könnte entweder nicht Bethesda das Spiel machen lassen, sondern zum Beispiel in Exile oder so. Das würde Sinn machen. Oder man könnte ja auch, wenn jetzt ein Bethesda-Spiel ist, trotzdem so ein bisschen die Formel aufbrechen. Man kann ja mehrere nicht ganz so große Gebiete machen, die halt dann über die Weltkarte wie im alten Spiel mit Zufallsbegegnungen und so weiter miteinander verbunden sind. Das wäre eigentlich sogar ganz cool. Das hat ja auch zum Beispiel Dragon Age Inquisition ganz ähnlich und nicht schlecht gemacht. Das könnte man ja im Grunde so auch in ein Fallout-Remake übernehmen, zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass, weil ihr gerade geredet habt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch von den Retro-Fallout-Spielen die Rechte alle so ziemlich bei Bethesda und jetzt Microsoft liegen. Weil Bethesda hat sich mit Faro ziemlich zerstritten und ich glaube nicht, dass die Spiele sonst in diesem Bethesda-Launcher noch mit drin wären, wenn der da die Vollmacht drüber hätte. Na komm, geh mir nochmal in die Schluck auf, Galaxie. Uhhh! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ach ja, es ist halt schon auch echt irre, weil wir... Ich muss gerade nochmal an den Games Pass denken. Äh, das halt wirklich jetzt von all den Studios, die Microsoft gekauft hat, und das sind wirklich einige mittlerweile, alle Spiele am ersten Tag sofort in diesem Games Pass landen, ohne Extrakosten. Das ist einfach so verrückt, ey. Ich kann's gar nicht glauben. Ich, ich warte ja schon drauf, dass Spiele in diesem Games Pass dann plötzlich bis hier nur noch so Skelette sind und man muss über Microtransactions alles dazu kaufen oder irgendwie sowas in der Art. Aber bis jetzt, ist es halt noch nicht so. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Angebot so wie es jetzt ist, wirklich auf Dauer so bleibt und wirklich lukrativ ist für Microsoft. Gerade im Moment wollen die natürlich so viel Kunden wie möglich da reinbringen. Das ist klar, weil erfahrungsgemäß, wenn Kunden mal drin sind aus so einem Abo-Service, dann gehen die so schnell auch nicht mehr raus oder sind auch bereit, schnell mal wieder zurückzukommen. Das ist schon klar, dass da deswegen momentan alles so irre ist. Aber, naja. Bin gespannt wirklich, wie sich das entwickelt. Ich meine, es ist schon so. Das merkt man auch jetzt schon, dass die meisten Spiele in diesem Games Pass immer nur die Grundspiele sind. Keine DLCs mit dabei. Complete Editions sind eher selten. Das stimmt schon. Aber gut, mein Gott. Anders muss man die Spiele auch kaufen und dann noch die DLCs dazu. Also insofern spart man trotzdem noch einen Haufen Geld. Das ist einfach verrückt. Ich hörts auf, drüber zu reden. Ich will gar nicht so viel Werbung dazu machen. Ich hab nix davon. Microsoft. Hier, bitte. Ich schick euch eine Rechnung. Provision und so. Ach ja. Laut Wikipedia hält Bethesda grad die Rechte an der ganzen Fallout Intellectual Property. Okay, gut. Uh, ich kann mich daran erinnern. Ich hab's gehasst. Ich weiß nicht mehr genau, was hier los ist. Ich weiß noch, dass ich's echt gehasst habe. Ah ja, okay. Ich krieg... Ich weiß schon. Ich weiß schon wieder, warum ich das gehasst hab. Ich weiß schon wieder, warum ich das gehasst hab. Aber läuft grad echt ganz gut. Ich befürchte nur, dass wir jetzt noch mal irgendwo hin müssen, oder? Shit. Da hab ich jetzt nicht dran gedacht. Nein! Oder bleibst du hier? Nein! Oh, kleiner Stern! Er fliegt wieder zurück zum Anfang. Of course. Aber das dürften wir schon hinkriegen. Oh oh, hier wird's ein bisschen knifflig jetzt. Nee, kein Problem. Zum Glück bin ich am Anfang so eine Abkürzung gelaufen. Das war echt gut. Hatten wir jetzt zum Glück jetzt. Das ist gut gelaufen. Mach's gut, Metatron! Wir hören jetzt eh gleich auf, ne? Es ist eh gleich... Ja, wir machen jetzt eh auch gleich Schluss. Aber jetzt machen wir vielleicht noch... Machen wir noch... Zehn Minuten. Okay, von mir aus. Machen wir noch das Bowser-Level. Auch wenn das wahrscheinlich länger dauert. Mom! Genau, ich weiß schon. Oder heben wir uns die fürs nächste Mal auf. Hm. Nee, machen wir jetzt noch. Hi, Falkos! Nein, ich habe ja extra quasi, ne? Nur das ist der echte Bart. Das andere existiert nicht. für dieses... Cosplay hier. Hochkarätiges Mario-Cosplay hier heute im Start. Ich hoffe, ich kriege das wieder raus nachher jetzt. Dann schauen wir mal. Ich weiß echt nicht, ob ich einfach ein bisschen besser geworden bin in so 3D-Stand. Spielen. Oder ob es am Pro-Controller liegt. Aber ich habe irgendwie mit Mario-Galaxy heute viel weniger Probleme. Und komme viel leichter durch die Level als damals. Und vielleicht liegt es wirklich an dem Switch... äh, an dem Wii-Controller damals. Könnt's mir schon vorstellen. So, wo müssen wir dich hinlocken? Irgendwie brauchen wir doch dich bestimmt. Kommen wir da rüber? Ahahaha! Uh! Okay, cool. Das hat funktioniert. Moment. Ich bin ja vor dass ein wenig in den Teil des-Standes vonй Ja, k opened the Park Hotel, Ja, das hat einen Kugel für die tremendous fulfill, und ich will kenne dir alles so gern. was wenn du machst! Ich schaue das倒 fulfilled. Aber wurde noch begonnen, bevor Microsoft übernommen hat, wenn wir nicht alles teusken. Na, Obsidian. So, jetzt. Uh-oh. Let's go! Ein Magmasquid. Ein entfernter und teuflischer Verwandter des Landsquid. Spielen gerne mit Honigmelon, die sie selber ausspucken. Tennis, wie jeder weiß. Oder Handball. Tentakelball, natürlich. Hier. Sind aber nicht sehr gut drin. Aber macht ja was. Hauptsache es macht ihnen Spaß. Das gemein, gemein, gemein. Ah, da ist er mir entwischt. Ist er wirklich gemein mit den sinkenden Plattformen hier? Gar nicht ohne. Nicht ohne meine Melone. Ah, ha, 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 dammit. Und schon kriege ich den nicht mehr. Ach was, das funktioniert. Okay. Das macht's gerade alles ein bisschen leichter. Da ist er weggeblubbert. So ist das eben. Wie genau, machen wir jetzt eh Schluss. Ich sag auch gleich gute Nacht. Jetzt sammeln wir den Stern noch ein. Das war jetzt aber ein sehr kurzes Bau, das Castle Schloss Passage. Wenn ich da an das vorherige denke. Ging das jetzt sehr fix. Mein Gott, das ging wirklich schnell. Das waren jetzt viele Looten oder so. So. Schönes Spiel. Abraxe! Dankeschön für die Gute-Nacht-Bits nochmal. Ähm. Genau. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Nächsten Dienstag geht's wieder weiter. Da... Spielen wir dann... No More Heroes! Ja! Da fangen wir mit No More Heroes 2 an. Da freue ich mich schon drauf. Donnerstag ist ja dann gleich der erste Special-Stream dann wieder nächsten Monat. Oder? Nächster Donnerstag ist schon... Also nicht der nächste, sondern der darauffolgende. Genau. Da haben wir dann ziemlich sicher schon wieder Special-Stream zusammen. Das heißt, da geht's dann Donnerstag schon weiter. Genau. Coolio. Dann bis nächsten Dienstag. Hat mich gefreut. Und ähm... Gute Nacht. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!